und wie heißt es ja über so eine rampe ist falsch aufgekommen und hat sich dann ja ich bin zu weit weg nicht zu weit weg guck ob ich was sehe ich sehe einen über dem weg laufen zwei die laufen vorne im haus ein ausgenockt im haus weil zwei tod hier war noch mehr hier sind noch mal zwei teams alles voll der clusterfuck gerade da die einmal ins haus und guck mal der ist in einem doppelstock hier drin bei mir bei dem kleinen in dem kleinen ok dann direkt ja was fällt dreier helme alter ja aber an dem hof kommen wir gehen die diskutieren glaube ich gerade wo es als nächstes sind was hast du ich eben nur ich habe gar nichts gemacht ich warte ich eben nur auf das ding als du die smoke geworfen nein ich habe auch nicht gesteppt oder so eben nur aufs motorrad also ein ausgenockt und dann habe ich nicht gesehen ich habe ihn gekillt aber den anderen brauchen wir noch er setzt sich da in die scheiße daran was was ist los und er nimmt mich den leuten er nimmt mir nie muss kompensator aber gar nichts gerafft warum werden der smoke geworfen hat präventiv um wegzufangen keine ahnung ich habe es keine das waren nur das hat fällige noobs die für gear dabei hatten drei red dots und tausend anbauteile doppelt und dreifach und was weiß ich das waren einfach noobs der eine setzt sich anstatt seinem mate zu helfen in die hütte rein auch da zwei hits noch ein hit haben angehalten ja ich fahr ich lauf links ruf links rum rechts rum am baum er hat noch zwei hits am baum direkt auch beide da beide da beide da die finischen ey jose wichser alter finischen direkt homo ey das dumm homos alter finischen die mich oh das sind echt homos bestimmt ja ohne dreck hätte auch nicht gedacht dass sie so schnell da hoch kommen die so nah angehalten haben einfach sicker wichser ey kam so auf einmal die kante hoch und er hat eine hat noch zwei hits gefressen mh ja spiel weiter am oberen sind zwei spieler oder eine oder eine weiß ich nicht nebel hat man so paranoia ne das stimmt vor allem habe ich die gerade gesehen jetzt sind sie wieder weg ich sehe mich locker zuerst weil ich wieder so viel rumrufe aber ich kann einfach nicht irgendwo sitzen bleiben und da 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 gesehen hat er mich auch gesehen er ist weggelaufen ich hab's nicht gesehen ich hatte die waffe hoch in der hand und ist gesprintet nicht nicht ich bin draußen ist er ausser und alles ist und unten unten was ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß zur zone glück du musst einmal um den berg ich weiß ich weiß chill die um p hat sie nur einfach weg ich habe gedacht er ist nach oben wo willst du hin guck muss ich mal als troll ich werde so gefickt ich werde so gefickt vor mir jetzt vielleicht sehen die nicht ich glaube du siehst sie da oben eher als die dich weil du die schattenkante hast mit dem himmel nur wenn sie am horizont ganz oben stehen so 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 so